Ja, es war ein Paukenschlag in Berlin, liebe Zuschauer, heute Familienministerin Franziska Giffey ist zurückgetreten. Dazu hören wir jetzt den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Rolf Mützenich. Ich würde gerne zum Rücktritt von Franziska Giffey einige Sätze für die SPD-Bundestagsfraktion sagen. Mit großem Respekt und Bedauern hat meine Fraktion, habe ich ganz persönlich vom Rücktritt von Franziska Giffey Kenntnis genommen. Nicht nur mit Bedauern und Respekt, sondern auch gleichzeitig mit der Feststellung, dass sie Größe beweist und dass sie zu dem Wort steht, was sie gegeben hat. Es ist für uns ein Verlust, aber es ist kein Verlust letztlich für eine Politikerin, die immer auch inhaltlich zu ihrem Wort gestanden hat. Sie hat Großes für die Menschen in Deutschland geleistet. Sie hat für Kinder, für Familien, für ältere Menschen vieles im Kabinett geschaffen, was wir dann auch im Plenum für die SPD-Bundestagsfraktion mit unserem Koalitionspartner auch verwirklicht haben. Und weil sie Größe bewiesen hat und gleichzeitig eben auch Wort gehalten hat, werden ihr, dass die Menschen mit Sicherheit auch hier in Berlin danken. Damit endet nicht eine politische Karriere, sondern sie hat Konsequenzen gezogen, aber insbesondere die Konsequenz, dass sie für die Berlinerinnen und Berliner in Zukunft politisch Wertvolles wird leisten wollen und damit auch frei in diesen Wahlkampf gehen kann. Und sie wird Erfolg haben und meine Fraktion und ich persönlich werden sie dabei begleiten. Vielen Dank. Okay, gut. Vielen Dank. Vielen Dank.